Medi-Kit. Wo? Zur Hölle? Ist ein Medi-Kit? Mh, es kommen neue. Ja, das hol ich mir jetzt erstmal. Zack, zack, zurück, zurück, zurück. Ruhig verhalten. Dann kriegen die uns nicht mit. Hier ist keiner mehr, ne? Erstmal reinballern. Sicher ist sicher. Ihnen mal wieder, vielleicht ein bisschen. Und dann wechseln zur Minigun. Ja, cool, wenn der Bonus-Schaden auch für die Team-Betglieder gelten würde. Aber dann würde er ja sofort, also nahezu instant immer der Counter wieder runterlaufen. Block! Biene! Aber es ergibt gerade keinen Sinn. Mit der Biene zur Arbeit. Oh Gott! Auf den Meniskus, genau. Schön, sauber. Da hinten. Drone. Jetzt! So. Okay. Mh, der Impulsgeber lädt immer die gleiche Zeit auf. Egal, ob ich fokussiert gepulst habe oder... ...oder... ...naja, einfach so draufgehauen habe. Schade. Ich komme kaum rein. Ein Königreich für ein Scharfschützengewehr. Warte mal. Ich kann ganz kurz... ...hier anfangen aufzuladen und dann... ...renne ich nach vorne. Boom! Schon waghalsig, ne? Ich muss hier einfach ran. Das ist die schlimmste Stelle hier aller Zeiten. Aber es ist fast überstanden. Nein, ich sage jemals. Oh, oh. Von oben, ne? Ja. Da können Sachen brennen. Sie sollten brennen. Brennen und explodieren. Weil ich den Fokus da oben hinhaut. Ja, los! Sarajevo steht wieder. Hm, hm, hm. Nochmal bitte nach oben. Ja. Jetzt. That's what I'm talking about. Da ist so eine olle Kiste, ne? Die Kiste heilt alle. Die müssten wir zuerst eliminieren. Komme ich dann zufällig mit der Granate? Oh, ich komme. Boah, was der werfen kann. Clock, noch einer. Ich glaube, ich habe noch so halbwegs den richtigen Winkel. Boom! Shaka-laka! Immer hoch damit, mit dem Impuls. Sauber. Amazing. Simply amazing. Und das fratzt hier ordentlich. Ich glaube, das war die Kiste, ne? So, ich lock ihn auch schnell raus. Komm mal raus, ja! Er glitscht so ein bisschen durch die Deckung. Ich glaube, das macht die beschießbar. Noch eine Granate. Ist zufällig ist zufällig noch eine da. Ja. Winkel, Winkel, Winkel. Irgendwo hier. Oder auch nicht, ne? Schade. Wird ja klappen können. Na, dann eben nicht! Na, dann eben nicht. Bis hierhin nicht schlecht. Ein kleines für Amerika. Aber nur ein ganz, ganz kleines. Zack, zack, zack. Weiter. Biene, Plunder. Kurz durchatmen. Und Lucky war noch nicht mal da. Wird bestimmt gleich so weit sein. Vorwärts, Marsch. Die Meniga. Ich glaube, die ist jetzt maximal mit Munition gefüllt. Die muss ich jetzt einsetzen. ...Blunder. Ja... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vorsichtig. Vorsichtig. Hmm, too much. Ich sehe von hier wenig. Bienen macht gerade wenig Sinn. Also einfach drauf los. Police, Police, Police. Ich gehe darüber. Schnell. Wiede wenn. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Bitte kann Granate. Oh, ein Glück, ein Glück hatte ich den Impuls gerade im Hinterkopf. Können Sie mich von hier erwischen? Nein, können Sie nicht. Das wäre ja auch schlimm. Ein stürmernder Scharfschütze. Mhm, da hat er wohl versagt, bei der Berufswahl. Oh, 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 oh. Ich bin noch viel zu offensiv. Impuls, jetzt. Kette. Alle niederhauen. Block, block. Schwach, stell, besch, oh, warte. Wo kam er denn jetzt wirklich aus dem Nichts herübergerannt? Na, kam mich einer ganz zufällig. Äh, hier. Wegen der alten Zeiten. Danke sehr. Äh. Das ist noch nicht lucky, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, wenn wir schön die Kette weghauen. Oh, die sind richtig stürbisch unterwegs. Droni. Droni. Was ist die Medikette da? Oh, 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 oh. Nein. Ich bleib einfach hier. Ich bleib hier. Hier. Die kommen rumgerannt. Können Sie gerne machen. Na. Ist doch gut. Killer genug. Oh, warte. Nein. 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 Um die Ecke, Mann. Ist schon, ist schon heavy. Ist schon gerade echt schwer. Also ist nicht ohne. Ist machbar. Natürlich ist das mal. Nein. Impuls. In einer Sekunde. Alter Schwede. Ich hatte keine Moni mehr. Das ist jetzt schon sehr ungünstig. Ist das Moni? Kann ich hier die Moni haben? Pomi-Gun. Nein. Nein. Nichts für die Police. Aber wir haben ja noch die Mani-Gun. So. Ich kann da nicht mit in der Deckung sein, ne? Mit der Minigun. Nicht wirklich. Boom. Beckerhorn. Trotzdem. Keine Moni. Also Winter, Winter oder Minigun. Aua. Block. Wenn es geht, wenn es geht. Ja, genau. Duck Winter und Naran. Eine andere Wahl haben wir jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, die Situation ist nahezu unter Kontrolle. Ach, der die vielleicht früher auspacken sollen. Moni, ja. Moni, Moni, Moni. 500 Schuss. 500 saftige Schuss für die Police. Na dann kann uns ja gar nichts mehr passieren. Flup, flup, flup. Ist alles voll, ne? Minigun ist nahezu voll. Kannst du die nachladen? Ja. Wir steigen ein mit der Tag Winter. Wenn wir überhaupt so, so nah rankommen. Oh, ist wirklich... Man muss hier jeden Zentimeter, müssen wir hier erkämpfen. Ich gehe da jetzt nicht ran. Diesmal nicht. Also nicht so richtig nah ran. Block. Naja, aber irgendwann müssen wir ja rein. So, Überfall. Todesfee. Von allen Seiten großartig. Es wird immer schöner. Oh Gott, ich will hier wieder raus. Das will ich. Ich will gerade gar nicht mit der Minigun schießen. Eigentlich sehr, sehr wenig möchte ich hier mit der Minigun schießen. So, ist gut. Ist gut. Police. Ist überhaupt nicht übertrieben. Alles andere als hier der Dicke. Aber das ist immer noch nicht lucky. Au, 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 au. Nicht schon wieder. Come on, ich belebe dich auch wieder. Sarajevo. Oh, au, 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 nein, nein. Kette, Kette. Ich renne hier einfach erstmal raus. Paktischer Rückzug. Hinter die kugelsichere Tür. Ist nicht cool. Ist nicht cool. Alles andere als... Ich balle auf die Gegner, die ich nur schemenhaft erkenne. Krank. Aber irgendwie auch schön, ne? Die Ästhetik des Chaos. Lock. Und Nummer 5. Muss drauf gehen. Übel. Übel. Was war da gerade eben? APM? Eine Sekunde. Haben die ein neues Set eingeführt? APM-Kontrollhandschuh. Welches Set ist das? Kontrollhandschuh. Das ist neu. Das kenne ich noch. Doch, Zukunftsinitiative kenne ich. Alles klar, gut. Hätten wir das auch geklärt. Aber da stand irgendwas mit Reparaturfertigkeiten. Darauf möchte ich nicht setzen. Ich möchte gerade so. Gerade so. Wirklich. Auf den letzten Millimeter hier überleben. Aber schön Schaden austeilen. Block. Sauber weggeballert. Ausgezeichnete Arbeit. Na. Come on. Drauf halten. Schwachstellenbeschuss. Da kommt der nächste. Ja. Oh. Die sind so aggressiv. Ah. Wirklich. Die stürmen. Ich muss ganz kurz hier weg. Schon wieder. Ich kann hier nicht. Nee. Da kann man nicht in Deckung gehen. Das sind Scheiben. Kann ich durch die Scheiben ballern? Hm. Nicht wirklich. Weiter, weiter, weiter. Die sind runtergegangen. Oh ja. Das Zwischending hier. Das sieht. Vielversprechend aus. Feuer. Gut. Muss es jetzt hier so brennen? Warum hat man eigentlich keinen Feuerlöscher? Man könnte eine Löschsprengung vornehmen. So was gibt es wirklich. Aua. Vorsicht dich. Na du. Hallo. Du komm raus. Spezialmonimär. Wie bitte? Ich hab dich grad voll beballert mit der Todesfee. Aber das trügt so ein bisschen. Der Name Todesfee. Aua. Deckung. Bitte schmeiß mich hier nicht raus aus der Deckung. Wir wissen alle, dass das geht. Oh Gott. Nein. Was war das jetzt? So wo ist hier die olle Kiste? Die euch wiederbelebt. Ich seh sie grad nicht. M-m. Das ist so ne semi-optimale Position. Ich versuch's mal mit ner anderen Ecke. Zack. Und zack und zack. Komm raus. Ist hier. Das kann alles explodieren, Mann. Jawoll. Lecker die Klicke. Ohrenstufenaufstieg. Meine Güte. Lange ist das her. Mist. Irgendwie erwische ich hier. Aber auch nur haarscharf. Vorsichtig. Drone ist immer noch da. Die Roten erstmal wegzimmern. Granaten. Keine schlechte Idee. Das lockert ein bisschen das Feld auf. Er brennt. Er beschießt ihn. Er hat sich aber hier schnell wieder regeneriert. Von seiner Brandfahrer. Nein. Geht das? Ja, das geht. Aber es... Naja, von hier oben kann man sie nicht so wirklich mit der Todesfee mal trittieren. Ich dachte, weil sie markiert sind, dass es gehen würde. Ja. Das ist nicht Lucky. Lucky kommt. No. Als Lucky nicht auch die Katze von den, ähm, von den Tenors. Von Alf. Ja, stimmt. In der Tat. Äh. Jetzt kommen die bestimmt auch noch von oben. Na, na, na. Greife seitlich an. Oh, warte. Ich trau der Sache hier grad nicht. Aber ich würd schon gerne effektiver die Todesfee einsetzen kann. Aber ich komm hier nicht runter. Ich komm hier nicht so richtig runter. Was? Wer hat mich grad gehauen? Wer war das? Fehler genug. Hätt ja klappen können. Rucksack eventuell. Halsschulter. Irgendwie hab ich ihn noch erwischt. Meneskos. Hm. Mal wieder hier rein stürmen. Astrein. Von oben kommt keiner, ne? Nein. Alles gut. Alles gut. Bleib doch hier. Let's have a party. Meneskos. Erwischt. Und schon ist wieder die Munition an, ne? Na, daneben Dark Winter. Was sie an Schaden nicht hat, macht sie mit Feuerfrequenz wieder gut. Loki. Loki, komm. Und ich hab keine Munition. Und noch ein Versuch hier mit. Das bringt nichts. Wow. Wow. Da kommt gleich die nächste Granate. Wetten? Hohoho. Ganz kurz. Kurz. Klipp. Oh. Wo war die letzte Munitionskiste? Die ist bestimmt sehr weit da hinten. Hm. Hm. Nein. Das ist keine Muni. Boah, die Limobox. Mensch. Scheiße. Danke sehr. Kann ich von hier mitmachen? Klar. Ich lenke sie ab. Von dieser Seite. Loki hat eine Kugelsichere. Eine sehr Kugel. Ja, tatsächlich. Seine Kette ist immun. Das stand da auch gerade eben. Aber sein Rucksack nicht. Gib alles. Kann ich jetzt seine Kette auch zerlegen? Nochmal kurz checken. Ich kann das jetzt gerade... Oh, oh. Seine Kette geht kaputt. Sein Rucksack. Schießt auf sein Rucksack. Maltretiert ihn. Kettepoach. Droni aus der Nähe. Schön unscharf. Mit D-Bof-Field. Vorsichtig. Kommen die hier hoch? Nö. Loki. Again. Droni, du stehst ganz... Ein ganz kleines bisschen im Weg. Ach, schon wieder immun. Habe ich zu spät festgestellt. Aber wir haben ja wieder dicke Muni. Na dann erstmal hier den kleinen Kram eliminieren. Meniskus. Ja, den treffen wir auch noch ordentlich. Wenn wir wollen. Und wir wollen. Expertise. Stufenaufstieg. Aber womit denn bitte? Sind wir nicht schon lange Experte mit der P-P-P-Police? Schwachstellenbeschuss. Nein. Sie fallen wie die Fliegen. Wo ist Loki? Aber wir haben ihn schon gut geärgert. Kann ich hier runterspringen? Flip 6 Dreierloch. Geht das? Das geht nicht. Das wäre super. Da ist er. Da ist er. Von oben. Auf die Rübe. Nice. Ziel. Neutralisiert. Ja, er war eine böse Katze. Auf jeden Fall. Das wäre es. Jetzt gibt es noch das Hauptziel. Was habe ich da gerade aufgehoben? Irgendwas gelbes. Was benamtes. Wir müssen ganz genau aufpassen. Wenn wir den Kram dann in die Know-how-Bank schmeißen. Nein, ich möchte jetzt keinen Nebeneinsatz spielen. Ich möchte. Ich möchte das Hauptziel eliminieren. Denn deswegen sind wir hier. Als Vorbereitung. Für Season 11. Haben wir gut gemacht. 1a. Ich will schon mal. Das nächste Kopfgeld aus. Oder muss ich da vorher zufällig eventuell. Nein. Ziel da. Oder ist das schon wieder so eine Sache, die man gar nicht abschließen kann? Primärziel. Zielperson befindet sich im Kraftwerk. Muss ich vorher zu Kelzo und den Computer? Oder Gedöns machen? Höchstwahrscheinlich. Verwenden Sie den Computer. Das muss sein. Ich kümmere mich ganz kurz drum. Dafür muss ich ins Weiße Haus. Vermute ich jetzt mal. Nein, stopp. Muss ich nicht. Habe ich gerade auf der Karte gesehen. Ich muss einfach nur hier rüber. Alles klar. Haupteinsatz. Mhm. Lewis wurde zuletzt im Labor gesichtet. Ja, Lewis. Captain Lewis. Und Major Calippo. Sie müssen lo... bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.